Zu Civilization 7 gibt es einige Neuigkeiten, die ich dann doch nicht bei mir behalten kann. Ich hatte eigentlich überlegt, ja, das meiste ist gesagt worden, das meiste ist getan worden, aber ich denke, dass einige Punkte aufgekommen sind, die mich doch ein bisschen stören. Deswegen kann ich nur sagen, ja, es gibt doch mal eins von diesen Videos, nämlich ein gutes altes Meinungsvideo zu eben Civilization 7 und direkt so ein bisschen auch Neuigkeiten dazu, was denn da Neues aufgetaucht ist und meine Meinung dazu. Beginnen wir direkt mit den Neuigkeiten. Es ist jetzt ganz klar, dass Civilization 7 und wahrscheinlich eben hauptsächlich 2K-Laden, um Civilization 7 mit Denuvo rauszubringen, dem guten alten Programm, was eben Piracy, also Piraterie des Spiels verhindern soll, gerade am Anfang. 2K hatte ja so eine, sag ich mal, nicht ganz so gute Phase, naja, mit vielen Entscheidungen, die 2K halt einfach immer trifft, war ihr ja wohl nicht ganz so prachtvoll. Und deswegen hoffen sie sich wahrscheinlich eben mit Civilization 7 als einer der großen Banger in ihrem Sortiment, nochmal ordentlich Cash abzugreifen und denken sich eben, ja, mit Denuvo verhindern wir ja die Piraterie. Soweit ich hier gelesen habe, ist es tatsächlich ja schwieriger geworden, das zu cracken, aber sind wir ehrlich, irgendein Weg wird sich da immer finden und vor allen Dingen bestraft Denuvo damit den Spieler, der sich tatsächlich das Spiel einfach original kauft. Und ja, wieso eigentlich? Denuvo an sich ist halt wiederholt nannt worden als ein Programm, das die Performance massiv beeinträchtigt und natürlich auch Informationen von dem PC und dem Spieler halt ins weite Netz hineinträgt, um eben auch die Informationen wieder gut preislich zu verarbeiten. Und das ist eben ein Eingriff auch irgendwo in die Spielererfahrung und ich glaube, viele Leute werden da sehr unzufrieden sein, dass sie entschieden haben, also 2K entschieden hat, ich denke nicht, dass das die Entwickler waren, dass eben dieses Programm mindestens ein Jahr wahrscheinlich nach Release dann eben auf dem Spiel sein soll. Dazu kann man aber sagen, dass bei Humankind, was ja schon sehr viel Ähnlichkeit mit Civilization 7 haben, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu zumindest, auch wenn schon viel dazu gesagt worden ist von anderen Personen, dass es eben so war, dass bei Humankind auch Denuvo aktiviert werden sollte. Nach einem riesigen Backlash gab es aber eben den Fall, dass Denuvo wieder entfernt worden ist und es gar nicht dazu kam, dass Humankind dieses Programm hat. Natürlich kann man jetzt darauf hinweisen, ja, ihr könntet euch auch da eben laut machen und gucken, dass ihr dieses Programm auch entfernen lasst. Oder ihr müsst halt einfach sagen, ja, für mich ist das Spiel dann erstmal nichts. Da kommen wir nicht auf den zweiten Punkt, was ich mich auch so ein bisschen ärgere, aber auch da wird eine 2K-Entscheidung getroffen haben, nämlich eben die Version. Das typische Version-Chaos kennen wir jetzt mittlerweile ja von Ubisoft und anderen Firmen ausgiebig und für Raxus zieht da jetzt auch hinterher. Das war bei Civilization 6 meiner Meinung nach nicht so, aber wir haben halt sehr viel kontroverse Dinge dabei. Wir haben erstmal natürlich wieder verschiedenste Visionen und ab der Deluxe-Edition, wo ihr wieder mal bestimmte Anführer-Skins und vielleicht sogar Anführer selber nochmal bekommt, die andere erstmal nicht zugänglich haben, bekommt ihr tatsächlich auch einen Vorabzugang. Den Klassiker schlechthin, den kennen wir schon seit, naja, vielen, vielen Jahren mittlerweile, dass wenn ihr das Spiel vorbestellt, kriegt ihr dann auch mal 5 Tage früheren Zugang. Und ich finde, sowas stößt natürlich auch irgendwo bitter auf, weil das Spiel eh schon 70 Euro, 70 Euro in der Standard-Version kostet und es wirkt halt mit der Deluxe-Edition über 100 Euro und ihr könnt bis zu 300 Euro ausgeben und das ist halt schon eine Riesennummer und dann muss man, wenn man das Spiel halt unbedingt haben will und ihr kennt ja das klassische FOMO-Prinzip, habe ich ja schon mal in Meinungsvideos erklärt, dass wir eben viele Leute auch da sich getriggert fühlen, ich persönlich auch ehrlich gesagt, das Spiel natürlich früh vorzubestellen, schön in der teuren Variante, über 100 Euro, damit man es dann 5 Tage früher spielen kann. Und ne, ich kriege das natürlich nicht kostenlos, dafür bin ich viel zu winzig, deswegen heißt es, ich sitze da in einem genauen Selbenboot wie ihr auch und ich denke, dass das bei vielen einfach einen sehr fiesen Beigeschmack hinterlässt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Ich bin sehr gespannt, ob ihr sagt, ja, Denuvo ist für mich ein absolutes De-No-Go oder ob ihr sagt, ja, pfeife ich drauf, ich spiele es trotzdem, ich habe Bock drauf, ich finde das nicht ganz so schlimm, Performance-Probleme treffen mich vielleicht auch glücklicherweise nicht und das mit den Informationsweitergaben, ja, kann ich irgendwie mit leben, könnte ich auch durchaus verstehen. Und mit den Versionen könnt ihr mir genauso sagen, was Eremanda ist. Dann haben wir noch den nächsten Punkt, wir hatten ja von Civilization 7 ein Switch-Release tatsächlich gezeigt bekommen, was ich, naja, gehen wir erstmal auf ein Jahr, also gab auch Himiko dann noch als neue Leaderin von Japan und da gibt es ja was ganz Interessantes für die Zivilisation, die man tatsächlich durch die Zeitalter nehmen kann. Kommen wir gleich zu, aber erst mal zum Switch-Release, also erstmal war die Grafik da, fand ich in Ordnung. Ich denke aber, ich weiß nicht genau, wie das laufen soll, wenn Civilization 6 schon, und ich habe das auf der Switch, massiv schlecht auf der Switch gelaufen ist. Wie soll ein Civilization 7, das acht Jahre später herauskommt, wirklich flüssig und gut und interessant auf dieser Konsole, die ja wirklich uralt ist mittlerweile, laufen? Ich kann mir das halt schwer vorstellen. Ich kann es trotzdem verstehen, wenn man da richtig Bock drauf hat und sich denkt, geil, Civilization 7, schön Handheld zocken. Ich bin aber extrem skeptisch dabei, dass das funktioniert und bin sogar ein bisschen, weiß nicht, ja enttäuscht, dass sie da Ressourcen für reingeben. Da merkt man halt, dass da natürlich ganz wichtig ist, dass man wirklich möglichst breit sich aufstellt und alle erreicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben ein großes Problem geben wird, weil die Version dann richtig schlecht laufen wird. Allerdings von dem Video, wie gesagt, kann man nur sagen, es sah wirklich gut aus. Hatte auch tatsächlich ein paar mit PC und teilweise sogar, die Anführer sahen sogar besser aus, außer Himiko selber. Die sah aus wie so eine Gummipuppe oder sowas. Aber der Rest war eigentlich ziemlich in Ordnung. Ist halt nur die Frage, ist es wirklich mit der Switch Engine aufgenommen worden oder war das einfach tatsächlich, ja irgendwie nur Vorführmaterial. Aber da haben wir halt gleichzeitig gemerkt, wenn wir uns diesen Trailer anschauen, dass es tatsächlich nicht die Zivilisation immer geändert werden müssen. Wir haben ja drei Zeit, Alter. Dazu kann ich ja jetzt auch ganz kurz meinen Senf dazu geben. Es riecht natürlich sehr nach Humankind. Viele riecht sehr nach Humankind, in dem Spiel. Und ich weiß nicht, ob man da sich einen Gefallen mit tut. Ich sehe aber natürlich auch so, dass Humankind natürlich ein sehr großes Potenzial hatte. Es halt nicht ausgelebt hat, weil sie nur mit generischen Ressourcen um sich geschmissen haben und irgendwie keinerlei tiefere Bewandtnis im Spiel, wenn es um Diplomatie oder sonst was ging, drin war. Wenn Civilization 7 da seine Stärken nutzt oder Civilization allgemein seine Stärken nutzt, dann kann man tatsächlich erwarten, dass diese Mechaniken dann doch gut verwurzelt werden und die Zivilisationen durch die Zeitalter dann nicht ganz so schlimm immersionsbrechend sind, wie sie halt bei Humankind waren. Wir haben da aber alles abzuwachen. Was aber eben neu ist, ist, dass wir tatsächlich so etwas wie Japan wohl offensichtlich durch mehrere Zeitalter nehmen können. Es gibt ja drei Zeitalter, mehr nicht. Es ist nicht so komplett verwirrend. Trotzdem, glaube ich, schon sehr überwältigend, gerade für Neulinge, aber das muss für Raxi es dann selber wissen. Für mich ist das, glaube ich, kein Problem. Aber es gibt halt dann ein Japan eben in der antiken Zeit, ein Japan in der Erkundungszeit und ein Japan in der Moderne. Aus historischer Perspektive, muss ich übrigens sagen, finde ich, ist es ein bisschen schwierig, drei Zeitalter für die ganze Weltenspanne an Zeit zusammenzubrechen. Aber gut, es ist ja kein historisches Spiel, von daher passt es schon. Aber wie gesagt, das Gute ist dann dabei, ihr könnt halt Japan dann treu bleiben und sagen, ich gehe vom antiken Japan zum Japan im, ja, was soll es sein, Mittelalter, neuer, frühe Neuzeit, bis eben zum modernen Japan, was eben eine Immersion ein bisschen aufrechterhalten kann, weil ihr dann so einen geradlinigen historischen Pfad gehen könnt, weil ihr sogar den historischen Anführer da noch nehmt von Japan und dadurch habt ihr natürlich dann noch immer ein sehr ähnliches Prinzip wie bei Civilization VI. Ich glaube, dass das viele freuen wird. Mich persönlich, ja, freut es auch. Was mir wichtiger ist, dass die Mechanik gut verankert ist. Wenn ich dann mehr Spaß daran habe, zu wechseln, mache ich das auch. Aber wenn ich natürlich sehe, dass das nicht so spannend ist oder mich sehr rausschmeißt, also immersionsbrechend ist, würde ich eben mich auch freuen, wenn ich durch Japan, China, Deutschland, was auch immer, konstant durchnehmen könnte, so dass man eben zumindest dann einigermaßen historisch dem Ganzen folgt. Und damit endet es noch immer nicht. Dann gibt es noch schlechte Neuigkeiten, die ich ganz am Ende setze, weil sie mich persönlich nicht wirklich betreffen, da ich kein Multiplayer-Nerd bin. Nämlich, ihr könnt im Multiplayer nur mit fünf Spielern starten. Das scheint wohl irgendwo daran zu liegen, dass ja dieses erste Zeitalter, so eine interessante Mechanik hat, dass zum zweiten Zeitalter die Weltkarte größer wird und man deswegen Multiplayer nicht als Spieler selber dann da starten kann, weil das eigentlich ja unentdecktes Land ist. Ich denke, ein Singleplayer, soweit ich es verstanden habe, kann man das ja, weil wahrscheinlich die KI dann in diesem unbekannten Land arbeiten kann und der nicht gesehen werden muss. Aber bei Multiplayer geht es halt nicht. Ganz verstehe ich es noch nicht. Werden wir natürlich auch sehen, wie es rauskommt. Es sind noch ein paar Monate, jetzt wollen wir nicht zu sehr spekulieren. Es ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass ihr mit fünf Spielern nur spielen könnt. Das Problem ist natürlich dabei, wenn ich eine krasse Multiplayer-Runde habe, mit denen ich dann immer mit sechs, sieben Leuten gespielt habe dann habe ich da natürlich ein Riesenproblem. In dem Zusammenhang ist auch der Hotseat-Multiplayer abgeschafft worden und auch da bin ich relativ neutral gegenüber. Ich denke einfach, dass die Daten dafür ganz klar gezeigt haben, es gibt kaum Leute, die diesen Modus nutzen. Und deswegen wird er halt einfach gecuttet, weil wofür soll man es einführen, wenn, sage ich mal, eine Handvoll Leute es nutzt. Trotzdem kann ich mir vorstellen und sieht es auch schon auf Reddit, dass viele Leute sich natürlich darüber aufregen, weil sie eben Multiplayer-Runden haben, wo viele Leute spielen, wo sie halt auch Hotseat vielleicht zu Hause spielen mit Kumpels oder sowas, was man ja früher gerne gemacht hat und das natürlich jetzt alles nicht mehr können. Und wenn man das halt zusammenrechnet mit den Punkten, die ich am Anfang erwähnt habe, den Nouveau und eben diesen Versionen und halt allgemein diesen großen Änderungen, die ja doch sehr viel Beigeschmack von den Fails bei Humankind zu haben, kann ich schon verstehen, dass man sich darüber ärgert. Ich persönlich, naja, da jetzt keinen großen Bezug zu, könnt ihr einfach mal sagen, ob das für euch relevant ist oder nicht. Und ganz am Ende möchte ich tatsächlich noch kurze Sämpfe dazugeben, weil es auch noch eine kleine Relevanz dabei gibt mit den Neuigkeiten, dass die Grafik von Civilization 7 in meinen Augen sehr gut ist, außer die Anführer und dass die Anführer sich beim Gespräch anschauen, ist halt absolut schrecklich und das UI sollte natürlich überarbeitet werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das geschieht. Was aber das Problem ist oder was so geteased wurde, angezeigt wurde, ist, dass wenn man eine Stadt erobert, diese Stadt sofort in die Kultur, sage ich mal, Ägypten, flippt und man deswegen dann irgendwie so ein bisschen Immersionsbrechen hatte, als wenn man die ganze Stadt abreißen würde und die sofort in eine andere Zivilisation umwandeln würde. Das ist für mich persönlich jetzt was, was wäre mir bei Civilization 6 nie aufgefallen, aber es ist wohl so, dass ihr bei Civilization 6 die Ästhetik behaltet, bis ihr ein neues Zeitalter habt. Da es ja viel mehr Zeitalter gab, war das eben dann auch viel schneller. Hier ist es halt so, dass ihr direkt komplett die Kultur, also alle Gebäude abreißt, zerstört und dann sofort eure eigenen, sage ich jetzt mal, ägyptischen Gebäude reinhaut, was ein bisschen weird ist und halt auch ein bisschen Immersionsbrechen kann, gerade für Leute, die auf sowas achten. Und ich glaube eben, dass Firaxis da ein bisschen unterschätzt, wie viele Leute Wert geben, legen auf solche Kleinigkeiten, solche Details, weil das macht Civilization ja auch aus. Ich meine, Civilization ist ja, oder Firaxis als Firma und damit ja Civilization ist ja deswegen so groß, weil sie eben auf solche Details eigentlich Acht geben und sich da auch sehr viel Mühe geben. Und das kann natürlich auch so ein bisschen Unstimmigkeit geben, weil es eben auch so ein bisschen anzeigt, wohin das Spiel oder was für Änderungen sich beim Spiel noch ergeben, die eben die Immersion leider zusätzlich zu den ganzen Neuerungen, die ja auch cool, richtig, richtig, richtig cool sein können, muss ich ganz klar sagen, aber das Spiel eben wieder sehr, sehr leiden lassen, wenn es darum geht, die Immersion aufrecht zu erhalten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass 2K wahrscheinlich wieder sehr aggressive Monetarisierungsmethoden angeht, was sie ja auch bei vielen anderen Spielen schon haben. Da brauchen wir jetzt gar keine Liste, großartig durchzugehen. Da müsst ihr eigentlich alle Bescheid wissen, wenn wir gerade die Sportspiele anschauen und sowas. Ist das natürlich gang und gäbe und ich finde es schlimm, dass das eben bei Firaxis und diesen tollen Entwicklern da auch jetzt mehr Einzug hält. Es war ja eh schon immer so, dass Civilization mit immer diesen Anfangskrankheiten zu kämpfen hatte, zu wenig Content oder zu wenig Tiefe in gewissen Mechaniken und eben auch vielen Bugs oder zum Beispiel KI-Fehlern, die dann repariert werden müssen. Und wenn man dann halt schon so hohe Preise verlangt und Leute schon mit über 100 Euro halt ins frühere Spiel, also fünf Tage vorabzugang, da reinbringt, dann glaube ich, muss man schon ein sehr sauberes Spiel haben, sonst wird man noch einen größeren Backlash haben und das wird natürlich das Spiel definitiv behindern und auch zurückhalten, wenn es eben wieder unter diesen Krankheiten leidet. Und es ist halt schade, dass es natürlich jetzt schon so kontrovers gesehen wird, aber auch berechtigterweise kontrovers gesehen wird. Wie gesagt, ihr könnt ja mal eure Meinung da einfach mal unten drunter schreiben. Ich bin gespannt, wie es sich weiter ausgeht. Ich versuche ab und zu, wenn ihr Bock habt, auf diese Videos mehr nochmal solche News zu machen. Könnt ihr einfach mal reinschreiben, ob das in Ordnung ist, wenn ihr das so haben wollt. Und gerne natürlich ein Like da lassen, ein Abo und kommt gerne bei Twitch vorbei. Bald kommen ja auch nochmal ARA History Untold, wo ich auch ziemlich Bock habe. Das wird ja auch nochmal vielleicht Ziff-Konkurrent sein, wo vielleicht Verracks nochmal ein bisschen Druck spürt und sie tatsächlich sich überlegen müssen, ob sie das Spiel alles so mit Denuvo und so weiter auch rausbringen können. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.